Nach der umfassenden Zerstörung der Chemnitzer Innenstadt im Zweiten Weltkrieg galt es, das neu zu errichtende Stadtzentrum an den architektonischen Leitlinien des sozialistischen Städtebaus zu orientieren. Dabei sind nicht nur große und eindrucksvolle Häuser im Stil der sozialistischen Moderne entstanden, sondern auch eine ganze Reihe von Skulpturen und Plastiken, die sich der Überlegenheit des Sozialismus widmen. Auf der Suche nach proletarischer marxistischer Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Chemnitz wird man sehr schnell fündig. Das riesige Karl-Marx-Denkmal auf der Brückenstraße, die früher übrigens einmal den Namen Karl-Marx-Allee trug, sticht präsent hervor und hat der Stadt mittlerweile einen Kultstatus angebracht. Das Monument selbst hat einen Wahrzeichencharakter erlangt. Nicht unweit der größten Karl-Marx-Büße der Welt, wir sprechen von ca. 200 Metern Fußweg, befindet sich ein vierteiliges plastisches Ensemble, das im Vergleich leider deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält, an proletarisch-künstlerischem Wert, dem Marx-Monument aber in nichts nachsteht. Es handelt sich bei diesem Ensemble um drei Reliefwände und einer Stähle. Geschaffen wurden sie aus bulgarischem Bratzka-Kalkstein von einem dreiköpfigen Kollektiv deutscher Bildhauer. Sie tragen die fünf Lobgedichte Bertolt Brechts als Inschrift und bilden darüber hinaus verschiedene Episoden der menschlichen Entwicklungsgeschichte hin zur kommunistischen Gesellschaft in Reliefform ab. 1972 begannen die Bauarbeiten für das Monument und noch im selben Jahr, am 6. Oktober, einen Tag vor dem 23. Geburtstag der Republik, übergab der damalige Oberbürgermeister von Karl-Marx-Stadt, Klaus Müller, unter dessen Amtszeit die gesamte Karl-Marx-Städter-Innenstadt die Transformation zum sozialistischen Stadtzentrum erleben durfte, das plastische Ensemble feierlich der Stadtbevölkerung. Der am 17. Dezember 1929 in Schönebeck im heutigen Sachsen-Anhalt geborene Martin Wetzel gehörte zu den mitschaffenden Künstlern des Ensembles. Nach einer Lehre als Ofensetzer arbeitete er bis 1952 als Modelleur und studierte anschließend bis 1959 als Plastiker an der Burg-Kriebigstein-Kunsthochschule in Halle. Im hiesigen plastischen Ensemble entstammt seinem Handwerk, die sich hinter mir befindliche Reliefwand, welche das Lob der Partei von Bertolt Brecht vorträgt. Lob der Partei Der Einzelne hat zwei Augen. Die Partei hat tausend Augen. Die Partei sieht sieben Staaten, der Einzelne sieht eine Stadt. Der Einzelne hat seine Stunde, aber die Partei hat viele Stunden. Der Einzelne kann vernichtet werden, aber die Partei kann nicht vernichtet werden, denn sie ist der Vortrupp der Massen und führt ihren Kampf mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind aus der Kenntnis der Wirklichkeit. Martin Wetzel konnte 1974 an der Kunsthochschule zum Fachbereichsleiter der Keramik aufsteigen. 1975 folgte seine Berufung zum Professor. Viele seiner Werke befinden sich in Halle, doch mit den Lobgedichten Bertolt Brechts hat er sich auch in Karl-Marx-Stadt verewigt. Neben der Reliefwand hinter mir entspringt Wetzels bildhauerischem Werk auch die das Lob des Kommunismus tragende Stähle im Zentrum des Ensembles. Lob des Kommunismus Er ist vernünftig Jeder versteht ihn Er ist leicht Du bist doch kein Ausbeuter Du kannst ihn begreifen Er ist gut für dich Erkundige dich nach ihm Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist Neben Martin Wetzel war auch der am 4. September 1928 in Rostow geborene und gelernte Holzbildhauer Joachim, genannt Jo Jastram, an der Erschaffung des Plastischen Ensembles beteiligt. Jo Jastram studierte von 1949 bis 1951 an der Fachschule für Holzbildhauer im thüringischen Empfertshausen, 1951 bis 1954 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und schließlich von 1954 bis 1956 an der Hochschule für Bildende und Angewandte Künste in Berlin-Weißensee. Nach seinem Studium war er freischaffend tätig. Zu seinen Werken in Chemnitz gehört die Reliefwand Lob des Lernens und Lob der Dialektik, die sich an der südöstlichen Seite des Ensembles befindet. Lob des Lernens Lerne das Einfache Für die, deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät. Lerne das ABC Es genügt nicht, aber lerne es Lass es dich nicht verdrießen Fang an Du musst alles wissen Du musst die Führung übernehmen Lerne Mann im Asyl Lerne Mann im Gefängnis Lerne Frau in der Küche Lerne 60-Jährige Du musst die Führung übernehmen Suche die Schule auf, Obdachloser Verschaffe dir Wissen, Frierender Hungriger, greif nach dem Buch Es ist eine Waffe Du musst die Führung übernehmen Scheue dich nicht zu fragen, Genosse Lass dir nichts einreden Sieh selber nach Was du nicht selber weißt, weißt du nicht Prüfe die Rechnung Du musst sie bezahlen Lege den Finger auf jeden Posten Frage Wie kommt er hierher? Du musst die Führung übernehmen Lob der Dialektik Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt Die Unterdrücker richten sich ein auf 10.000 Jahre Die Gewalt versichert So wie es ist, bleibt es Keine Stimme ertönt außer der Stimme der Herrschenden Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut Jetzt beginne ich erst Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt Was wir wollen, geht niemals Wer noch lebt, sage nicht niemals Das Sichere ist nicht sicher So wie es ist, bleibt es nicht Wenn die Herrschenden gesprochen haben Wer wagt zu sagen Niemals An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt An uns An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird Ebenfalls an uns Wer niedergeschlagen wird Der erhebe sich Wer verloren ist, kämpfe Wer seine Lage erkannt hat Wie soll der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute Sind die Sieger von morgen Und aus niemals Wird heute noch Der verbleibende Künstler im dreiköpfigen Kollektiv Ist der am 28. Januar 1921 In Weißenfels geborene Eberhard Rostdeutscher Rostdeutscher war gelernter Steinmetz Und studierte ab 1946 An der Staatlichen Kunstschule in Bremen 1955 bis 1963 War er als Gastsozent tätig An der Magdeburger Kunstschule Eine Vielzahl seiner Werke Ist bis heute in Magdeburg aufzufinden Doch auch in Chemnitz Hat sich Rostdeutscher mit der Reliefwand Lob des Revolutionärs In der Mitte dieses plastischen Ensembles Hier hinter mir Im öffentlichen Raum der Stadt verewigt Lob des Revolutionärs Wenn die Unterdrückung zunimmt Werden viele entmutigt Aber sein Mut wächst Viele sind zu viel Wenn sie fort sind Ist es besser Aber wenn er fort ist Fehlt er Er organisiert seinen Kampf Um den Lohngroschen Um das Teewasser Und um die Macht im Staat Er fragt das Eigentum Woher kommst du Er fragt die Ansichten Wem nützt ihr Wo immer geschwiegen wird Dort wird er sprechen Und wo Unterdrückung herrscht Und von Schicksal Die Rede ist Wird er die Namen nennen Wo er sich zu Tisch setzt Setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch Das Essen wird schlecht Und als eng wird erkannt die Kammer Wohin sie ihn jagen Dorthin geht der Aufruhr Und wo er verjagt ist Bleibt die Unruhe doch Alle drei Bildhauer Wurden im Laufe ihrer Karriere Mehrfach mit hohen Würden Vom Kunstpreis des FDGB Bis hin über den Vaterländischen Verdienstorten Der DDR ausgezeichnet Martin Wetzel verstarb 2008 In Halle an der Saale Wo bis heute Viele seiner Werke aufzufinden sind Jo Jastram verstarb 2011 Im vorpommerischen Riebnitz-Darmgarten Eberhard Rostdeutscher Verstarb bereits 1980 Im Alter von nur 59 Jahren In Magdeburg Der Stadt, die bis heute Einen Großteil seiner Werke beheimatet Einen Großteil seiner Werke beheimatet